Liebe Damen, wir haben alle verschiedene Formen und Größen. Warum gibt es dann unsere Jeans in einer Standardform? Sie passen einfach nicht jeder. Am Po können sie passend stehen, aber dafür in der Taille unansehnlich ab. Sie sitzen gut, flachen aber ihren Po ab. Ein zu enger Sitz in der Taille bildet unansehnliche Röllchen. Oder sie sitzen zu locker. Die perfekte Jeans zu finden ist fast unmöglich. Bis jetzt. Wir stellen die dehnbare neue Comfortis Fantastic Fit vor. Die bequemste Denim-Jeans, die sich jeder Form, jeder Größe anpasst. Garantiert! Sie bekommen den dehnbaren Komfort ihrer bevorzugten Yoga-Leggings mit dem stylischen Aussehen von Designer-Jeans. Das Geheimnis besteht aus dem ultra dehnbaren, smarten Denim-Gewebe, das sich automatisch ihren Kurven anpasst. Fantastic Fit dehnt sich um über 13 cm, während sich herkömmliche Jeans um weniger als 1 cm dehnen. Sie können sogar zunehmen oder abnehmen und sie passt immer noch perfekt. Herkömmliche Jeans sind unangenehm. Sie drücken, sie kneifen und schränken ihre Bewegung ein. Aber unser hochwertiges, ultra dehnbares Gewebe ist extrem bequem und bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Sie können sitzen, sich bücken oder hocken und alles ohne den einschnürenden Hosenbund. Springen Sie, tanzen Sie oder schlagen Sie sogar ein Rad. Zeigen Sie Ihre sexy Kurven ohne Schmerzen, ideal zum faulenzen Zuhause, zum in die Stadt gehen oder überall hin, wohin Sie wollen. Sie sind tatsächlich so weich und bequem, dass man sogar mit Ihnen schlafen kann. Dazu sind Sie mit echten Taschen und echtem Reißverschluss ausgestattet. Sie können jetzt sofort diese Figur mit sexy Formen bekommen, die Sie schon immer wollten, unabhängig von jeglicher Form und Größe. Wir versprechen Ihnen, dass Comfortis Fantastic Fit die bequemste, perfekt sitzende Jeans ist, die Sie jemals getragen haben. Garantiert!